ja also kein Ticket Classic oder Tech-It-Light sondern Tech-It, ja Tech-It so Patty ist jetzt schon auf dem Server und da werde ich jetzt mal drauf schauen und falls euch wundert es wird nur ein Projekt zwischen oder unter uns beiden sein und mein Minecraft leckt Alter, leckt mein Minecraft ja, oh Gott ich hab doch da mal was, hier, macht das vielleicht besser? oh Gott das können wir mal ausmachen, das können wir mal ausmachen das können wir auch ausmachen ähm bleib standhaft, bleib standhaft, bleib standhaft, bleib standhaft komm schon bitte 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 ja, nomme mal ein bisschen runter alles also was hab ich eh, custom fonts weiß ich nicht was es ist, weiß ich auch nicht was es ist custom color ne random mobs, ja ... keine Ahnung puh, random mobs ist das ne', mobs verschiedenfarbig sind oder woanders da ja okay halte das liegt ja was passiert wenn ich das dann eigentlich unterstelle auf 30 FPS okay jetzt geht es jetzt können wir spielen bei mir macht es nix aus ich hab's jetzt auf 30 bringt macht ja gar nicht so ich bin ich da die ältere Formen Sender mir bringt es nix ich habe jetzt einfach Minecraft auf 30 gemacht aussehen aussehen auf 2.5 ich glaube ich gehe erstmal holz holen aber macht es mal der nur kurz an also per die stelle der vollprofi trennen wird wie es ist dort da wird mich jetzt erst mal einweichen schluss was ich weiß dass Bäume Prozent dass es wie ein Hexe ist, dass die halt abfällen kannst. Mit einem Schlag, oder? Äh, weiß ich nicht mehr. Es wird Nacht, für dich ist es jetzt ganz schlecht. Haben wir auf dich so lange gewartet? Du bist schuld. Wer war gerade gemutet die ganze Zeit? Ich war zwei Sekunden gemutet. Echt jetzt? Ja. Okay, ich hab halt einmal hinguckt, der war schon gemutet. Wenn du mir auf den Seinkel gegangen bist. Pfff, oh Gott. Warum legt man Minecraft so, Mama? Ich hole uns erst mal das Fleisch da drüben. Und da seht ihr schon, der vulkanisch ausgebrochen. Scheiße, wie ist es ausgebrochen? Warum, ist das nicht, oder was? Weißt du, ob Schafe Fleisch geben? Äh, Schafe geben Fleisch. Echt? Du sollst normalerweise Lammfleisch geben. Normalerweise. Ich glaub, du spielst zu viel 1-8, kann das sein. Ne. Geh uns einem Hexe dabei auch. Wat? Ne. Ja. Ne. Doch. Ne, never. Doch. What? Ja. Ja. Waaaah. Du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm, du dumm. So, wo bist'n du überhaupt? Äh, ich bin grad hier, wie so? Ja, wow, wo ist hier? Ach da! Äh, jetzt auf Kurs, ne? Ähm... Was machst du da? Bin grad ein paar Dinge am schließen, weil mein Craft-Bang hier weiter auch noch mehr leck. Du noch mal was. Er ist immer ein Baum in Ruhe, das ist mein Baum. So. Schaaf! Oh. Weil wir brauchen jetzt erst mal Holz. Äh, was. Brauchen wir doch nicht. Und Stein. Meini natürlich. Essen brauchen wir mal, das ist doch mal nicht schlecht. Essen hab ich schon. Ein bisschen was zu essen wäre schon echt gut, du. Also Essen, ja, mein Gott. Aber Essen ist doch nicht ruhig, Dad. Also hier, ne? Ssssssssssssssssssssssssssss. Wir brauchen Essen, Juli. Ich hab Essen. Bli, Essen, 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 Essen. Ja, ist in Ordnung. Pfff. Haaaah, es wird immer so ablaufen. Oh Gott, bitte nicht. Paddy? Doch gar nichts bringt, wenn ich irgendwas mache. Paddy? Ja? Wir brauchen Essen. Hehehe. So. Oh, 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 oh. Wo stand die Werkbahn nach da? Meine Mama ist, glaube ich, gerade gekommen. Also ich mute mich ganz kurz, dauert nicht lange. Ich bleibe auch hier am PC, ne? Okay. Nur, dass man meinen Hund nicht hört, weil der immer so laut ist. Hehehehe. So, so einfach mal alles weg. Dann mache ich mal derweilig einen Ofen und nehme diese Kacke da mal mit. So. Und ich setze dir jetzt einfach mal alles hier unten rein. Dann ist es so und so. Äh, hier so. Oh, was ist denn das? Oh, das sehe ich, die EMC. Hey, ich habe aber... Gibt es hier nicht? Ähm... Ich habe hier sowas gesehen, dass es so Energie gibt. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken. Äh, loop. Ob es ist die Sachen hier überhaupt? Ich glaube, das explodiert. Per D, lebst du noch? Ich kann schon den Chat schreiben. Ich bin hier unter der Erde. Tin ore, energy fuser. Okay, es gibt... Alter. Es gibt wahrscheinlich das alles. Warum baust du Vollidio das mit Holz zu, Alter? Äh... User joined your channel. Haben wir hier Geld verdienen? Hey, Janis, du bist mitten in der Aufnahme. Ja, ich bin mitten in der Aufnahme. Ups. User was kicked out of your channel. Höh... User joined your channel. Äh... User was moved out of your channel. Patty moved in einfach. Auch nicht schlecht. Was ist denn EMC? Das werden wir dann alles kennenlernen. Hey, wake up. Ja, ich bin auch nur ein Gernis. Ich habe dich zwar nicht rausgezogen, aber... Passt. Also, ich muss nur noch mal kurz gucken, ob es... Äh, es gibt... Was willst du denn gucken? Weil ich habe ja, dass du hier Sachen gesehen bei Pete's Meat, weißt? Aber die spielen ja Tech It Classes... Äh, Tech It Light. Hey, wake up. Und Tech It Light ist nur ein paar Wurzliche dabei. Hä? Ja, das schon, aber... Ich sehe zum Beispiel hier die ganzen Maschinen nicht, was die aufgestellt haben. Äh, du siehst die Maschine nicht. Äh, ich gucke da gerade so ein bisschen durch. So, weißt du, ich... Äh... Not enough items. Äh, so. Aber cool, die Kisse läuft ja bei mir. Äh, die Schöp... Kann es sein, dass da... Das ändert eben nichts, wie ich die... Wie ich, äh, die Dinger habe, die Render Distance. Ich könnte sie auch so lassen. Ich hätte immer noch 10 FPS. Ey, Minecraft... Äh, Fraps haut bei Minecraft so rund, das ist nicht mehr normal. Schon normal. Ich verstehe wahrscheinlich... Ja, vor allem, ich kann... Ich kann meine Render Distance ändern, wie ich will. Däugt immer auf 10 FPS. Mö... Ich kriege jetzt meine Render Distance auf Fahrt und es ist immer noch 10 FPS. Ja, Petty, wir müssen dann nachher mal reden. Das wünschte, dass du dir vielleicht ein anderes Programm holst. Ja, hätten wir so gemacht. Äh, kriege ich noch bitte Essen? Ich habe nur noch ein halber Herz. Danke.